Hallo, du interessierst dich fürs Trommeln und hast dich gefragt, was der Drag ist? Dann bist du jetzt hier genau richtig. Aber bevor es losgeht, abonniere noch schnell meinen Kanal, damit du direkt jedes neue Video von mir mitbekommst. Hallo, ich bin der Rudi und heute dreht sich alles um ein sogenanntes Rudiment, den Drag. Auf Deutsch ist es der doppelte Vorschlag. Dazu solltest du aber ein paar Voraussetzungen haben. Du solltest laut und leise spielen können und du solltest den einfachen Vorschlag, den Flam, ebenso beherrschen, sowie auch Doppelschläge. Warum? Weil der doppelte Vorschlag wird folgendermaßen gespielt. Ich muss erstmal einen normalen Vorschlag beherrschen, das heißt, eine Hand spielt leise, die andere spielt laut. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und jetzt muss ich den einmal springen lassen, dass ein doppelter Schlag auskommt. Dann klingt das so. Und das auch auf die andere Seite. Ganz wichtig, trainiere unbedingt auch immer alles auf beide Seiten. Ein Schlagzeuger muss flexibel sein und mit jeder Hand führen können, weil das das Instrument einfach auch verlangt. Also Punkt 1, trainiere leise Schläge und laute Schläge. Als zweites, trainiere Doppelschläge. Ganz wichtige Grundvoraussetzung. Als drittes den Flam. Auch wichtige Grundvoraussetzung. Und jetzt kannst du den Drag, den doppelten Vorschlag trainieren. Und jetzt hören wir uns das an, wie es dann auf der Snare klingt. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, dass du jetzt erstmal weißt, was ist das? Und was für Voraussetzungen brauchst du, um den Drag oder den doppelten Vorschlag überhaupt spielen zu können? Hat dir das Ganze geholfen und gefallen, dann lass mir doch gerne ein Like da. Und hast du es noch nicht getan, dann abonniere jetzt noch schnell meinen Kanal, damit du direkt jedes neue Video von mir mitbekommst. Viel Spaß mit dem doppelten Vorschlag. Tschüss, dein Rudi.